Da sind wir auch wieder. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt alles gespeichert hat. Ich guck mal. Den Obstsalat offensichtlich haben wir abgeben können. Hoffe ich doch. Oh, wir haben bald genug Öpfel geerntet. Ernte Himbeeren, sehr schön. Ah, da war der Penner. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ich hab hier was für dich. Weil ich sie gar nicht mitgenommen hab, ich trottet. Ich wollte grad sagen, ich hätte es nicht besser selbst sagen können. Na, jetzt hab einer hier. Dann wär aber Schicht im Schacht gewesen, komm du. Ja, aber heute kommen wir uns wirklich um Story. Die kommen wir nicht voran. Na gut. Der Anfang wird halt immer länger, ne? Umso mehr Charaktere werden. Deswegen versuche ich ein bisschen langsamer zu gehen. Zumindest so ein bisschen. Ich wüsste nicht, wo letzter Rest es gab. Das war nicht das, was ich ausgraben wollte, aber hey. Die werden wir auch noch brauchen. Da bist du ja. Hier, nimm deinen Snack mit. Da bist du ja. Ja, das hab ich doch grad zu dir gesagt. Warum wiederholst du dich denn? Das macht man doch nicht, Timmy. Ich weiß, du bist Max-Level, aber vielleicht gibt das ja auch Erfolge. Also ja, gibt es. Und jetzt, Timmy. Die beiden Geschenken zu machen. Und zwar hier. Freundschaft. Hm, ja. Lieblingsgeschenke bringen. Gibt 300 Filmleiter, das ist auch sehr gut. Wen hatten wir denn noch, den wir beschenken konnten? Ja, Tomaten werden wir für dich anbauen. Gärensalat kriegen wir anscheinend nicht hin. Sumpfmilchkraut, können wir gucken. Dir können wir noch zwei Geschenke machen. Dir können wir noch zwei Geschenke machen. Und das war's. Sumpfmilchkraut. Das dürfte ja dann... ...hier sein. Lilafarbenes Sumpfmilchkraut. ...hier sein. ...hier sein. ...hier sein. ...hier sein. ...hier sein. Gehen wir uns hier so weit, ne? Was haben wir denn noch bekommen? Okay. Der Rest kann er dann theoretisch weg. Und dann können wir hier noch ein paar Geschäfte machen. Dazu hab ich ne bessere Idee. Möbel, wo bist du denn? Öhö, öhö. da, der bewegt sich nicht so wie ich das bin es ist kompliziert mit dem controller zu steuern alter, es ist eine katastrophe keine ahnung, hier schnell hin das sollte ja irgendwie passen dann kaufen wir hier neue Samen was brauchen wir denn hier von dem Okra haben wir wenig und hier von haben wir noch gar nichts ich muss aber erstmal gucken wie lange die, äh wie viele die abgeben Reis 3 Okras, ja, aber das ist noch mehr genug Reis, 2 Stück na dann mach mal 25 wow mach mal 20 und dann muss das passen mehr Geld habe ich auch nicht also schon, aber das heißt ja nicht, dass ich das auch rausgeben muss Nash Mesh fangen wir mit fangen wir mit fangen wir mit dann mit dem Raps äh Reis, nicht Raps vertrocknete Blumengießen ist auch nicht schwer was ich halt auch gedrückt habe naja und dann, äh, bauen wir noch Tomaten an also, wir kaufen die Samen, geben noch die ganzen Sachen bei den Charakteren ab, die wir da so haben ja, und dann sind wir eigentlich auch soweit, dass wir Story machen können ähm, wir haben mal zwei Quests fertig gemacht, sozusagen das kriegen wir hin dann mach ich mir wenig so ja, klar könnten wir jetzt jemanden dabei haben, der dann noch die OP bekommt aber auch das, ach wir sind so hoch mit den meisten wir haben ja nicht so viele klar könnten das schon mehr sein, aber eins, zwei, neun, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeh hoffen wir noch drei von dem einen und zehn von dem anderen oder fünf von dem einen schön dich zu sehen acht von dem anderen fünf, das ist so teuer ja, ja das geht ist gut, Goofy kann sich freuen, aber ja freu dich einfach und dann, bauen wir hier nochmal die an die Reihenfolge ist auch relevant dann kann ich hier heute Abend was können abernten und weitere anbauen zwei, drei, vier und fünf ist mir das Spiel eben einfach abgestürzt, wa? in der letzten Folge für euch ich mein ja dadurch ist es eure Folge wahrscheinlich schon länger geworden ja, aber trotzdem muss ja nicht sein mir kommt irgendwie so vor, als wäre jetzt grad kein Sound ich muss mal gucken, ob ich die Einstellung für Ton anhab, ja naja, gut, vielleicht hab ich die Kopfhörer einfach zu leise eingestellt das kann auch sein, das ist ja dann nicht so schlimm aber Musik fehlt hier das stimmt Musik ist grad gar nicht an vielleicht werden wir in das andere Gebiet wieder zurückreisen dass wir dann hoffentlich wieder Musik haben Paprika müssten wir noch anbauen und Tomaten, ne? also eigentlich alles was wir da so haben also nicht vorrätig haben keine Person soll mehr hier holen die drei nehmen wir super gerne noch mit die auch davon brauchen wir so viele wie es geht ja und dann gehen wir mal kurz zurück kann ich nochmal mit ihnen reden und die Quests machen, dann passt das ja geht was mit Donald seine Sachen ach, ich sag immer Donald ein schönen Tag noch ich war ein Dagobert, Donald ist noch gar nicht hier natürlich willst du das motherfucking große Ding hey 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 und denn danke du bist MaxLevel aber trotzdem Salat, ich kann dich denn nicht machen, ich muss Salat noch besorgen Auf Wiedersehen und bis bald das sollte ja kein Problem sein Hallöchen Und für dich habe ich auch was. Ein Aquamobil, das ist aber sehr nett von dir. Okay. Und einen Hering. Und jetzt bist du auch Maxi-Maxi-Level, genau. Du bist Maxi-Level gut. Sehr schön. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ratty. Ratstack, wo bist du? Raraguli, Ruggi-Muggi, was? Okay, hier soll nicht. Das heißt, er wird in seinem Haus sein. Hm. Könnte ich sonst jemandem was geben? Ja, eigentlich die Blaue, ja. Ja, ja, eigentlich das Blaue nur noch. Können wir schon irgendwo hin? Blaue, Wotent, 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 Wotent. Wo gibt's die I? Am schillernden Strand. Da können wir als I mal hingehen. Für die... Alte da. Alte, ja, soll ich sagen. Aber eigentlich, warum nicht? Warum sollte ich nicht sagen, was ich denke? Ja, halt, anbauen werde ich dann in der nächsten, also, Offscreen machen. Oder wenn wir halt gerade Leerlauf haben. Na gut. Du bist hier. Gut gemacht, Fischlein. Als nächstes dahinter, so nett, mach mir ein paar magische Schriftrollen und Tinter. Ich hab sie gerne zur Hand, um schnell Abmachungen zu treffen. Und sie müssen einen Hauch von Magie aus dem Tal haben. Nimm das Papier, das du gefunden hast, besorge dir ein paar Traumscherden und extrahiere Violette Tinte aus Blumen. Nein! Für die perfekten Zutaten muss man ein paar hübsche Dinge zerquetschen. Da hat aber jemand ne Glückssträde, ha? Du scheiße, Gedanken versunken zu sein. Ich versuche, als Ranhächerin über den ganzen Ozean zu werden. Ich hatte einen Dreizack in der Hand und die Krone auf dem Kopf. Kannst du dir die Macht vorstellen? Das klingt fantastisch. Das war's, das war's. Diese fahrte kleine Prinzessin und ihr läppiger Prinz haben alles ruiniert. Aber ich werde mich rächen. Warte mal ab. Warum bist du noch hier? Ich muss für dich, was für dich hab, du Penner. Nöbel 4. Danke, Fischlein, du bist so ein Schatz. Danke, danke. Easy Snack, neuer. Dann müssen wir hier bei der Quest... Ja, Liederfarbe herstellen. Ja, wie macht man das? Sehr schön. Auch sehr schön. Er war noch sehr schön. Ich kann ihm nur Tomate kaufen. Schön, dich zu sehen. Dann hat das schon mal einer. Unser kleiner Freund. Die Radatoui. Das muss ich trotzdem noch eine blaue Hortensie. Okay, warte jetzt mal. Und wir kriegen noch mal Geld. Nein, wir kriegen einen Kleiderbeutel. Und was kriegen wir da für ein Kleid? Uh, war sogar wirklich ein Trägerloses Kleid mit Herzaufschluss. Oh, sowas wie ein Hochzeitskleid. Oh, ein Hochzeitskleid. Wie wird denn da gleich heiraten? Hi. Den wollte ich gar nicht fangen, aber... Ich hab da noch eine Hortensie, noch nicht. Ich fang nur grad was zu vordern für den guten Jünter. Für den guten Jünter wollte ich grad sagen. Für den Schildkürten Jünter. Danke. Dann nimm mal bitte. Okay. Der Seetang, er macht uns alle. Nur ein bisschen für die... ...Nix auf Crafting-Büro gehen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Nicht mehr in dieser Folge vielleicht, aber... ...in einer anderen. Auf jeden Fall. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das mit dem Fische verkaufen kriegen wir hin. Warte, bist du ne blaue Hortensie? Ja, du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, bist du hier. Ich werde glücklicher, als du eh schon bist. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Viel zu tun. Was machen wir denn weg? Tomaten kommen schon mal hier rein. Später dann der Rest. Wo kaufen wir denn die Pflanze? Nein, die brauchen wir nicht. Schade. Na gut, ne? Dann würde ich sagen, verkaufen wir noch gerade. Der ist natürlich hier. Ich habe ein paar Sachen für dich. Alter, Kumpel! Eigentlich das hier. Und 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 behalten wir mal. Eigentlich das hier. Das hier. Das hier. Und theoretisch auch das hier. Und natürlich ein Herring. Das gibt wieder ein bisschen Gold. Ich kaufe Früchte, mache ich sehr gerne. Ein Fünf-Sterne-Gericht, Junge. Junge, Junge. Äh, was wollten wir machen? Zu Remi. Ja, das machen wir dann auch mal. Aber vorher... Müssen wir mal was anderes schauen. Was brauchen wir mal hier? Für sie. Lila Farbstoff und deres Fläschchen. Drei Gläser und vier lila Bartfarben und violette Bartfarben. Okay. Let's kill me. Okay. Bartfarben, violette Bartfarben. Okay. Und den finden wir ja hier. Also alles gut. Aber wir werden noch die Apfelbäume hier kurz enden. Damit wir die Quest auch haben. Und dann können wir uns um, äh... das Kochen kümmern. Dafür müssen wir hier in das Haus. Hey. Geben. Wer ist nicht immer froh. Hey, du bist es! Gut. Jetzt wo die Gäste einen Platz zum Sitzen haben, können wir über das Essen nachdenken. Wir brauchen eine gut ausgestattete Küche, wofür ich eine Liste habe. Ich habe immer davon geträumt, mein eigenes Restaurant zu eröffnen. Ich habe Listen gemacht für das, was ich brauche. Ständig neue Dinge hinzugefügt und sich verfeinert, wenn mir neue Gerichte empfehlen. Diese Listen zur Eröffnung voller Ratatouille zu verwenden war ein Traum, das sich verwirklicht hat. Gut, dass ich sie behalten habe, oder? Hier, ich übernehme diesen Teil der Liste. Kannst du die andere Hälfte übernehmen? Gut, dass ich sie behalten habe. 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 Vielen Dank.